willkommen zu einer neuen vergang und ihr seht ich habe ein bisschen auf screen was getan erst das sieht ich habe hier die bäume weg getan und loll hier ist ein baum im berg hier habe ich jetzt blätter gesetzt und ich habe ein paar sachen auch gefahren auch hier zum beispiel schmelz gerade auch noch eisen und hier hat sich auch einiges getan dafür würde ich sagen mal bo gehen wir nach unten oder ich leute ich will dafür möchte ich gerade mal ein bisschen weiter weg rennen ich gehe mal hier so hin hier sieht man hier ist zu koha hier so ein weg hier so ein kleiner schübscher weg ich finde den also während das sagt ja und hier kann man so durch gehen ich finde das ein vollidyllisch und ihr seht okay ich meine ich finde es muss ich was bist du ich muss sagen ich finde das mega nice hier so da sieht auch meiner meinung not bad aus und warum es stimmt das denn baum ist hier in rüstungsteiger hier leute hier habe ich gemacht ich habe hier ein eingang gemacht man geht hier dann so unten durch hier so hier kommt man mein haus rein und ich habe das aber als verbunden hier hängen von der plattform von wo was er gebaut hat hier hängen laternen unter den hängen von berg hier laternen runter alles ist mit gräser auf als mit nicht gräser eigentlich blätter und gräser verwachsen komplett und hier sollten flaschen hier kommt man so durch dann kann man hier rauf hier ist das wasser eingekreift eingebaut halt hier ist zu kurz so zu machen hier mit blätter voll alles hier dann haben wir hier so laternen blätter von oben unterhang hier blätter ein paar laternen gras blub und dann dazu komme gleich man kommt einfach dann hier so rein okay normal oder ist dieses türen hier noch mit einem hebel das sind hebel so licht hebel sind normal noch getan denn hier ach hier habe ich zwei plätze für bilder also oder und drin mehrere also falls er verhindert möchte machen könnt ihr die gerne mir auf ein disco schicken oder so und was explodiert hier schon wieder oder so oder mir hängen andere bilder auf und das sieht man her was ist das hier das hat ein folgendes hin das zeige ich euch dann noch und hier kann man dann durchgehen dann kommt man in dieser raum hier sieht man hier habe ich schon rahmen gebaut das muss ich noch drüben machen auch heraufbau hier sogar haben hier kommen dann auch ferner zu so kühle rein hier habe ich einfach bitte hör auf hör auf bitte beruf bitte sein ja okay da kann so ok leuten habe ich hier einfach blätter ein weil ich habe es gerne in den haus aus so ein paar blätter sind das wäre ich wahrscheinlich habe ich blätter nein ich habe keine altern und keine blätter sonst hätte ich hier noch wer ist das ich habe gern bei spruce da guten seiter immer blätter dann haben wir hier habe ich hier hin gesetzt unter licht sieht schön aus dann kommt man hier in den raum hier sind dann zum waffen reinlegen können wir reinlegen zum beispiel leute hier die waffen rein und die nehme ich hier runter ups hier mein schwert da ist hier dann rüstungsstände dazu und danke ich habe das leisten schwert dann kann ich das reingelegen und dann warum sind die verschoben das hast du mit der trompeten bomben hat es sind ja eigentlich helme drauf ist meine andere frage ich baue auf du verschiebt sie alles bitte hör auf und hier hier ein kuh helm das war sicher die kuh dann hier ein holzschwerter kann mir hier reinlegen ich weiß ich brauche mich jetzt egal und hier kommt man dann auch noch weiter hier runter hier ist eine mine leute und davon vielleicht ist man mich jetzt entlang so rennt und ich habe hier ein bisschen übersehen nirgendwas glaube ich ja aquamarine oder so auch ja hier sage ich nicht abgebaut noch der fallfakt ist wenn man hier dann durch rennen kommt man hier im wasser aus das wasser ist dieser fluss den die kuh herum gesprengt hat hier leute und hier kann man so raus ist ein guter flucht weg oder eingang hoch dann habe ich mir gemerkt ich baue hier das erz ab das gleich aquamarine oder ja aquarine steht ein fisch egal ich renne hier mal so weiter leute und das sieht man hier dann schön hier mein fluchtgang oder im weg auch das heißt dass ich jetzt mal und dann kann man auch hier so gehen und leute ich habe hier auch hier gemacht ein geheimgang mit groß blöcken dann kann man hier dann dahinter zum beispiel sachen verstecken oder sich verstecken das gleiche wie hier weil ups denn hier leute kommt man zu redstone hier so von ganzen dingen und die frage für was redstone das zeige ich euch gleich ein bau und bitte nichts kaputt machen wenn man hier reichert ich mach die tür zu da kommt man hier rein hier kommt noch drohen hin aber das mache ich dann dann gut dass im jäkischen fertigen dann heute denkt jetzt was dieser hebel man stellt sich hier so hin und dann wartet man und gut dann geht das hier auf man wird hochgeschleudt ich muss das noch eins erhöhen vielleicht auf den block wieder das war schon mal so oder keine ahnung ich lasse und ich habe mich hoch dann kann man hier so hoch gehen kann man ausgucken da kann man hier zu machen das sieht man rein hier sind pflanzen heißt hier hier ich bin das relativ hübsch auch und wenn man hier jetzt raus geht ich holen cool sachen ich holen cool sachen ok das sieht man hier ist wie hier oben leute und bitte nicht hier überall verkleinbar bitte dann hat man hier wird ganz an die unterhängen sieht man von anfang hier ist wie sind alles und geht man hier so mit einem weg so rauf und schön ich finde das volle die lösche so alles ich liebte einfach steinholz und diese natur sagen auf uns zusammen gemischt hat meinen weg hier hoch und dann kann man hier eigentlich so hoch aufkommen und das wasser gibt mein haus und hier sind bedrock und haiku warum ist hier ein bett warum ist da auch kuh oder bau wer war das unglaublich werfen jeden wieder getötet was ist hast du mir gerade die kuh schmeißt mir einfach fucking sand ins gesicht was soll das kuh hände hoch oder schieße ich mag sie zu steak wenn du auch nicht aufhörst ok gut überlegt hier akku marienhaut zu steak verarbeiten akku marien ist kann ich aus akku machen nichts geil sinnvolles erz egal okay wir haben hier aber das was alles das habe ich eigentlich alles jetzt gemacht auf screen und bitte ein kuh bitte macht nichts kaputt bitte bitte wenn du was kaputt machen möchtest trennen wir zum fluss oder letzte folge was kaputt gemacht hast war nichts bei mir zu hause ok haben wir uns verstanden kuh habe uns verstanden hey kuh ich verarbeite ich zu steak wenn ich gleich aufhörst ok ich muss wieder gehen zu schlafen und habe ich wo das habe ich das schon gezeigt dass das fertig jetzt ist in der letzten folge von flow genau was war das wenn du jetzt an hier was ernsthaft gut dort drüben dort drüben was bei explodierst du etwa wenn du ich geb dir nie mehr nie mehr die heißen sommer dünger weil sonst explodierst du wie es aussieht ok ich gehe jetzt an unter schlafen leute das soll ich sagen ich finde das mega hübsch hier in der nacht und alles hier so findet das nice und das ist hier gestorben egal ich bin irgendwie lust und habe vergessen die kuh gehen wir weg ich habe vergessen vielleicht die hier vielleicht die fakten wieder auf zwang so dass nicht kuh kannst du bitte vielleicht man hier aufmachen den hebel auf mit bei mir auf der linkseite in der hebe einer der hebe als du die fakten anklicken oder wie man das hier war schon dabei ist rein oder danke und wir lassen dass er weil zu dann weiß ja nie ob nach jeder machen wir auf und rein und ich gehe jetzt hier pennen leute hier schön unseren haus unseren neuen h8 mit können nicht schlafen wir können einfach nicht schlafen ist blöd gut du musst auch schlafen geben wie es aussieht warum triggert das zugert rein egal haben die könnten vielleicht das ist reißen hier gleich abbauen wir hier schon unten sind weil das können wir immer gebrauchen hier weiter aber lecker lecker schmäcker ganz ehrlich hier ganz ehrlich lass mich nicht mehr bei meinem eigenen haus mehr hoch richtig kuh ja geh raus da sturmfrei bude aus zu findet wenn die jetzt was explodiert hat rastig aus kuh hast du irgendwas kaputt gemacht ich schwörst dir dass du solche probleme okay aber ich habe kein essen glaube ich dabei wir müssen essen uns holen kuh haben wir noch essen hier drin nein kuh hast du essen dabei weil ich habe hunger und hohe leicht hier 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 alles mal rein was ich habe ja natürlich ist deine steaks dabei natürlich was ist das ist das deine ganze verwandtschaft oder wie okay dann gedacht die kuh auch okay es ist nacht die nacht ist komisch irgendwie einmal zu übern rüber zu besser gesagt wo sein haus war oder was er dann immer war weil mich fühlt es jetzt zu lol hier sind diese dinger ich will zu gern ja interessieren ob hier noch was ist dann hier ist gar nichts hier ein bisschen karten gross war gut gut und leitleit leitig leute sieht krass aus den gibt es kann so hier aus wie eine feste in höhere eingang ich wo er nicht hier oder wo ist von euch hin und hat gerade cool ganz zeit nur gefolgt warum sind jetzt viel egal hier vielleicht dass man alles aus damit mir ist das nächste mal nicht müssen und zeiten sieht man das dann auch besser auf nacht was ist das hier warum ist hier alles beleuchtet heute holy 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 shit flüchtet flüchten flüchten zu helle geschichte gerade ich gehe runter ich gehe runter leute das ist das was ist ein komischen raum hier und das ist ein geheimnis und lol glaubt er erkennt uns wir machen hier zu ich hoffe er sieht uns nicht wo bist du mit jetzt seit wann kann er schreien schreien denn auch schreiben leute ist ein geheimnis erkennt das für mich nicht was zu hell ist mit dem typen los btf wir haben ihn okay wir haben ihn schon was getan fertig holen lol das im web display cool im fernst war bei leute mit der dorst du hast du hast mein der erste zerstörte die versteckung soll ich hier einfach bei den geheimen gang bei das leichte gefühl ist er leicht auf uns glaubt er erkennt nein wir nehmen die blöcke hier mit wenn zorn wird kommen ja ja tatsächlich was anders was kommen wird und das ist meine faust in dein gesicht war was die mussten flüchten ich glaube erst weg die frt hier alles zerstört welches gottes erz mit mein neues erz also ich bin nicht beleidigt aber okay ist ein zombie die sterben dauernd dinge ich glaube das sind leute diese heißen diese pixie ist wie sieht denn das hier aus aber ich hoffe es nicht ich hoffe er regt sie nicht an uns untersteht unser haus ich hoffe das macht er nicht weil sonst hat ein ganz dickes problem ein ganz dickes dickes sagen jetzt mal so okay wir gehen hier rein okay hier hoch aber wir haben jetzt solche displays also ich habe schon wieder vergessen hier ich habe schon wieder hier vergessen die tür auf und zu lassen das muss ich mir angewöhnen mal wenn ich gehe die tür offen lassen ob ich gehe hier rein okay wir haben hier web screens wo kennt mir die nutzen wir könnten uns wir könnten uns irgendwo so natürlich wie wir anzeigen raum machen wupp hier hoch mama das ist die kuh gewesen warum hat die warum ist hier ein blauer was hast du ich soll die kuh hätten bild von deren eltern aufhängen warum brennt es dort schon wieder vom brett ist hier irgendwo und um die uhr egal kuh oder in der koppel her ich habe ein fernseher geht jetzt können es fernseh gucken also kommt her ja du sogar kuhl kuhl das sogar kommt okay kuhl mehr können jetzt einschalten das jetzt an Prozent 4 zu 3 Format aber das egal kuh hast du es nicht zufällig noch ein paar blöcke davon oder was was ist das ist okay ich folge dir das ist leute hier jemand was ist btf um schreit der typ strange sample was ist gut ich folgte ja ich folgte ja ja ich weiß ich hab's gesehen weil hier guck 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 hier eine blume ich hoffe dir geht es besser man kann sich ein schwert damit bauen und das sind nicht mehr so schlecht mit diesen ruby ingots das noch 7 der match was kann das strange sample das testen ja gleich weil ich möchte den fernseh mal testen dort oben lasst den fernseh testen oder kuhl ist nicht zufällig noch ein paar blöcke davon oder oder das nicht ein paar blöcke die man dazu setzen könnte vielleicht ach die etwa hier auf der seite noch eine reihe diese kugel mich doch verarschen gerade oder ich glaube das mit den dingen hier funktioniert nichts aber okay das heißt danke kuh kuh nein das ist zu viel okay mehr nicht zu bitte mehr nicht das recht das recht danke nein kuh hör auf es reicht so jetzt passiert nicht okay wir haben jetzt ein fernseher hier das cool dann du hier fertig ganz echt ihr wisst nicht wie diese kuh auf die nerven geht hier abbauen schön genau das haben wir hier den web das bei linken jetzt können wir eingehen www.youtube.com slash kraft 6 dann können wir hier auf unserer youtube gehen weil ich weiß was es ist man kann damit auf ins internet geht okay jetzt können unsere eigenen videos gucken und hier das sieht man alles hier was explodiert hier schon wieder was noch strange sample kann man es irgendwie werfen kann man aus dass man das serium b raiders als kraft muss doch die dick sein oder ob ingo kommis show moore ich möchte kommen sehen hallo hallo ich möchte hier danke viel über das logos cooles projekt dieses video bist du österreicher ja ich bin österreicher als video also man sieht hier wir können hier auch kommentare anlesen das mega nice und hier hoch hier die qualität hochschrauben dann können wir mal fullscreen machen und jetzt können wir hier ein hoch hallo kappen war was für ein kevin ich wollte hier so hin stellen war kevin er ist kevin und wo ist kevin ist kevin etwa bei uns unten aber ich gehe runter und hier und gerade und auch so hallo 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 ist einfach ist denn da wer wollen wir Freunde sein m naja warum hast du ne tüte auf dem kopf ne frage verstehst du mich auch so beim wollen nicht schreiben ich hoffe weil irgendwie sind die alle in aber auch noch irgendwie verblöde verstehst du mich auch so er alles sagen ich soll das machen ach so ja erklärt einiges ich glaube versteht uns auch so okay gut irgendwie in der wernung sind alle noch verblöde oder so wie das Gefühl die können einfach noch nicht anders egal sagen dass man so wo warum ist hier eigentlich ein Rüstungsstein nehme ich mal mit da ist eine Waffe drauf cool kann ich die schießen auf ihn wollen wir jetzt was ich mich ganz anschauen was wollen wir was erklär mir was willst du was was ja was 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 möchtest du ganz ehrlich weil ich meine möchtest du vor ja sagst du ja und mir was unternehmen möchte und so äh so in der Art sagt es was aber er hat nicht gesagt was er machen möchte du ich kann ups ich habe ihn geschlagen ich hoffe er wird nicht wüten ähm aua ja mein gott na ey hat die kuh jetzt noch etwas hochgejagt ey kommissaris zum sie stärker als unsere jetzige mhm 1 2 3 4 5 1,5 okay die hier ist okay die ist äthertlich stärker aber können wir den Hut anziehen das macht keinen unterschied okay weil der ist irgendwie nicer und die Rose es macht einen großen unterschied die sieht auch cool aus die Jacke macht einen halben unterschied ach die sieht auch cool aus aber und die also das ist die die schuhe die schuhe machen ein halbes auch aus egal wo äh was ist aber hast du irgendwas zu sagen Kevin jetzt hätte sonst bitte könnten sie von mein grundstück sonst gehen ich wäre ihnen sehr dankbar weil sonst muss ich sie bitte leider entfernen und das gewaltvoll bitte könnten sie mein grundstück was ich bin net ja schön das freut mich aber könnten sie vielleicht einfach mein grundstück verlassen wollen wir spielen wollen wir spielen okay wir können man kann mit dir nicht reden es war schön mit dir Kevin tschüss ey dieser Kevin ist lost ey dieser Kevin ist lost ist der Typ noch da ist der Typ noch da wasserbomben nein 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 Kevin der Typ das ist das ist okay das okay ich bat hier rum Kevin 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 du okay Kevin okay Kevin Leute wir haben oh nein ach du scheiße es lag oh nein Leute wo kommen wir hoch ich muss hier rauf Leute ich sehe nichts wo ist der Knopf die ist alles voll mit drauf oh mein Gott Leute ein heiliges Herz wo ist der Typ hier raucht alles wo ist Kevin wo ist Kevin nein bösen ist der Tür aufgegangen Kevin wo bist du wo ist Kevin ey wo ist dieser Kevin Typ pscht Kevin wo bist du ey ich guck jetzt an überall nach diesen Kevin ey die dieser Tag kann jetzt ja noch nicht verrückter werden wenn ihm jetzt dann keine Ahnung dann fliegen ist ein Hohler so kommt auch noch ich gampelt auf ganz ehrlich mit Joche äh okay hier runter okay hier sieht man Top Videos Vampire mit Fabi und was zur was bist du was bist du ist das ein Staubsauger bist du ein Staubsauger Leute das ist ein Staubsauger ich glaube ich bin einfach ein freaking Staubsauger okay ich geh jetzt Leute ich lass mich nicht aufhalten Staubsauger was willst du von mir ganz ehrlich ganz ehrlich okay irgendwas müssen wir was können wir hier rein machen wir könnten zum Beispiel hier eingeben ähm ach wir haben kein Key Ding wo wir Key nein Keyboard was was ist Staubsauger könntest du gehen Stone Key macht man aus einer Pressure Plate ein Stone Ok das hier bauen und das hier und jetzt haben wir Leute einfach ne hallo ey jetzt jetzt reicht's lang was zur Hölle ist denn heute los ich geh jetzt runter WTF man da oben sind hier Leute ganz ehrlich ich will doch auch nur meine Ruhe er hat auch eine Mörg also der Typ hat auch eine Maske oben ich hab keinen Bock ey warum muss jeder diese Maske tragen was haben sie einen Staubsauger gesehen ja hab ich der ist irgendwo bei mir gewesen warum das ist echt ich hab einen Staubsauger gesehen ja warum warum möchtest du einen Staubsauger oh Leute bei Wayne fällt auf ich hab ein Halloween Skin drin wer es nicht gemerkt hat mein toller Halloween Skin und ähm wo ist der äh das ist eine gute Frage er war gerade auch bei mir hat mich belästigt und dann keine Ahnung könnten sie vielleicht auch ihren Staubsauger sagen dass er mich nicht belästigen soll man nur noch jeden sie haben mit dem hast du jetzt halt dieser Stelle Staubsauger hat mich in die belästigt oder so er läuft immer weg das freut mich sehr ich stum rein oder was weil es kann sein und das hat dann weggerannt dass ich hatte eigentlich er wird das nicht besser denn ich wollte das sagen dass weil vielleicht wird er weg weil er dann nur muss aber wenn ich stuben bei mir wieder einfach egal wenn nur weil wir ihn trainieren gegen hier rein ähm den hero brian warum trainieren hero brian der typ ist lost ich habe sein ganzes haus in die luft gejagt und habe uns hat sein bett und weiter gestohlen also hier ob eine scheiße wo lang ist er ähm es eine gute frage ich kann es dir nicht beantworten ich habe auf einem kursigen fernseher geguckt videosen auf einmal wäre ich von diesen Staubsauger belästigt hier ist das mächtigste wesen der welt ich habe sein haushalt drüben in die luft gejagt hast du das ich kann es dir gerne zeigen aber nur nur kann ich habe dieser staubsauger sollen aufhalten da ist dieser ist die steak stärker staubsauger bewegt er hinterher wo bist du ich suche diesen staubsarbeit wann er sein komplettes potenzial hat ich muss ihn jetzt suchen ja schön wo lang ist er ich weiß es ja nicht ich suche gerade selbst diesen spaß die staubsauger wo bist du trotzdem danke bitte aber wo ist dieser staubsauger staubsauger wenn du mich ich bin mir auf die ja nono ruft er ihn oder hat ein gefunden was zur hölle bist du diesen komischer richtiger fetter ritter und er macht nicht wenig der wird uff wo bist du er sucht denn wo ist dieser staubsauger ist er hier ins loch gefallen nein wo ist er dann und warum ist hier ein ach ja stimmt der dings hat den luft ja staubsauger spaß die wo bist du staubsauger dieser staubsauger nervt mich ganz ehrlich weil ist der etwa jetzt gerade mein hausregulante eine typ ich mache das jetzt hierzu staubsauger 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 im redstone hier nachgucken guckt bei allen geheimgängen nach ich weiß nicht ob er die orten kann oder so das durch das ganze redstone halten hier mal du ich schön genau ja hinein hier ist gar nichts versteckt dass sie vielleicht hier nein ist auch nichts wo ist dieses ding ich guck das jetzt an hier nenne ich nicht was ist erst mal beelink linking tun heißt das linking king ah die baut man den hier ender perl button und redstone wasser gewohnt hat wasser geholt ok ja ihr seht es ein bisschen random alles hier mit können vor es gibt ein bisschen uh da da war okay bei einem siegescreenshot neuer also wenn er das das hintergrund möchte ich könnte ja Screenshoten toll das ist das ich habe in der mitschie gewesen ich habe eine perl ich habe immer so das war das da mir verkackt dann unglücklicherweise weil die uns getötet haben war das Video ist einfach fallig guckt am besten euch hat selbst selbst am besten an und nein nein ich habe gedacht das braucht noch länger nein 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 was sind das für noobs das für ein tubs du bist ein noob egal ich würde sagen das war es mit der folge das ist ein daumen nach oben da ähm dieses Video ist äh Leute komplett random ich weiß nicht was warum und ey boh ich weiß ja Leute ich weiß nicht was ich noch zu diesem Video sagen soll aber lasst definitiv ein daumen nach oben da für mehr Minecraft Hell und für dieses mega nice house und für diese komische Linger für diesen Staubsauger der da war dann Hugh Brian war da wir waren in einem Bunker keine Ahnung was alles also uff dann war dieses eine Ding da ein Staubsauger war hier also Leute lasst definitiv einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal Ciao Leute